Heide Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Super Smash Brothers zusammen mit dem ganzen Spasten hier, der Randy, der wieder den Small nicht halten konnte die ganze Zeit und mit dem Barry und dem Rikus. Ich bin auch Barry. Ach echt? Du bist inzwischen Barry, ach stimmt. Wir sind beide Barrys. Ich kann mehr den Bären geben. Also das heißt, ich bin Barry und ich bin so aus dem Zellos-Spieler alleine, oder? Ja, ich spiele jetzt mal alleine, ja. Wie es aussieht wohl anscheinend, ja. Ich finde das nicht ganz fair. Jetzt ist jeder gegen jeden, ne? Erstmal jeder gegen jeden und sterbt nach drei Sekunden. Ja, erstmal den Randy erstmal auch nicht auf die Fresse geben mit seinem Cloud, welchen Charakter nimmt er denn sonst? Halle auf den Cloud drauf. Halle auf den Cloud drauf. Halle auf den Cloud drauf. Oh, ein Wunder. Du bin ich. Ach ja. Kloppt euch erstmal alle selber. Ich halte mich erstmal raus. Ja, ich... So sehe ich das auch, aber dann kloppen zwei nicht, weiss. Das geht doch nicht. Das ist cool hier. Wenn ich bin ein Teampartner, lass mich nicht angreifen. Ja, stimmt. Das ist echt. Er war... Uff. Sonst geht jetzt töten, dann schlagen wir gekonnt zu. Oh, shit. Oh, die Kuschel da ganz sehnlich in der Mitte. Ob du eins gegen eins spielst oder one on one on one on one, das ist hier... Wow. T-Play. Das war jetzt arges T-Play, Ulrikus. Also... So war schon... schon anfange hier. Ja, okay. Es ist ein T-Play. Es ist ein T-Play. Es ist ein T-Play. Ah, ich hab da nach unten gedrückt. Wieso darf der dich nicht an? Weil ich schneller bin. Warum reicht das? Warum reicht das? Weil ich der Beste bin, Mann. Wie keiner vor mir war. Okay. Den müssen wir jetzt töten. Was? Weißt du, da wird der von... Da wird der von Neon Laser einfach hart. Hart zerstört, ey. Der ist noch ein bisschen länger dran gestanden, Rikus. Ja, Barry, Barry. Boah, das hat er überhaupt nicht geleckt gerade. Ne. Ausrede. Ausrede. Das war gerade sowas von wegen. Da sterbe ich. Ach, der Kleine. Doch nicht. Au. Ey, ihr dürft mich nicht schlagen. Nein. Unfair. Au, au, au. Ey. Nur weil ich blau bin. Nur weil ich bin auch blau. Er meint den Zustand. Nicht die Farbe. Ja, beides. Sowohl an uns auch. I'm blue. Da will die. Randy. Ach, nix da, hier. Mit deinem Limits. Ey, ich seh mich aber da nicht, ja. Ja, du bist alles klein. Ja, ich bin nur Wolk. Du musst größer werden. Genau, du musst... Warum sterbe ich schon wieder hier? Das geht gar nicht. Ja, weil du auch träumen wolltest. Ja, das stimmt. Wir brauchen wiesentlich Platz hier auf der Stage. das stimmt aber ich finde ich gut auch hey jetzt kommt der Barry der richtige Barry ne nicht der Ersatzkumpel da hier nicht der Player der einzig Fahrer falsch Richtung ja natürlich also jetzt schmeißt du mich einfach auch ganz frisch und das hat nicht gerecht und das hat auch nicht getroffen lebt noch wow wow unglaublich in einem Tag kommt er an den Problemen das Jahr soll sich so viel von uns unterdaten vor allem für mich auf einmal ist mein Meister der Weg der auf der Ebene okay okay das hat auch schon wieder gelegt was steht an Privatsphäre-Randy also das habe ich ja nicht gewusst und ich bin bei mir leckte ich weiß nicht was er hat zwischendurch hat man so ein Frames nicht passiert das leckt überhaupt aber das war hart das war das war getrickst fast der Raining Storm Alter warum warum nicht warum nicht das war auch gemein ich fand das nicht fair aber ach meine Meinung wird nicht gefragt ey okay okay jetzt beruhig dich jetzt mal ja ich bin hier mit Randy warum entrückst du dich nicht genau wuhu klatsch ja guck und weißt du dann dann liegt da so ein Link du bist im Finale Junge im Finale wow du bist im Finale Barry alle die Doppel-Burries für Barry oh da kommt der Bombspam oh der Bombspam der Klassiker oh 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 das war meine einzige Chance ich musste recht nicht spielen es leckt außerdem noch das ist eine super Chance also wenn du es jetzt nicht schaffst ich hab Angst ich hab Angst gewinn für unser Team tu es Barry 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 wir brauchen keinen Druck wir brauchen keinen Druck wenn du verlierst wenn du verlierst der abonniere dich verdammt wir treffen beide sich gegenseitig nicht ich würde gar nicht mehr vorlachen upsula war ich kaste ja gleich verreckt jetzt werfen Bumerang jetzt werfen Bumerang das ist ein Bogen aber okay den Fehler kann man machen mal einen Bogen mit einem Bumerang verwechseln er kommt jetzt hergesprungen ja kein Stress hier guck boah das wird richtig heftig und oben das hat nicht gereicht das hat nicht gereicht das hätte ich nicht gedacht extra ohne die das ist hart das ist hart guck der Anlauf nur zu schlagen hui das war knapp das war echt knapp ich hätte es nicht gedacht ich hätte Angst ja das war ein kurzer Moment wartet kurz Lasercat der abonniere ich habe vier Leute getötet das ist ein neuer Rekord das ist unglaublich also ich bin in der Eindruck ich bin in der Eindruck ich muss echt sagen das muss man ihm lassen nett 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 außerdem war Barry mal im Finale das muss man hey letzte Woche war der auch oh hey schlecht nicht schlecht also äh ich darf mit Rikus ne und ja ich mit dir genau das ist schön was sind wir grün? ach wir nehmen grün weil grün ist schön ich mag grün macht ihr euch rot am besten ja wir können gewinnen Randy hast du schon einen Schlachtplan Rikus Neckloss nehmen wir einfach mal die drei Leben mit denen ich halbweg spielen kann ach ja ich will auch ein Captain sein du willst ein Captain sein ja gut ich will sein Regeln dann Captain dann darfst du ein Captain sein wollen wir wieder auf zwei Leben runter gehen? habe ich schon Teamarbeit können die nicht echt? darfst du schon? Teampartner können sich nicht gegenseitig hauen keine Ahnung Teampartner können sich nicht gegenseitig schlagen Team Schaden an und versuch auf zwei Team Schaden ich hab doch schon auf zwei Leben ja das berückte ich doch mal ja ey was ich bin ganz aufgeregt ich kreste so krass los mit Bewegungssteuerung genau mit Bewegungssteuerung ok was für ein Team nehmen wir denn so Rikus was hast du denn genommen was hast du genommen für ein Charakter na ich will Captain sein ach du bist der Captain mein Captain Captain Falcon den hab ich heute richtig hart verloren ah ok weißt du was dann bin ich ich will fürs Team sein und so dann nehme ich einen ähnlichen Char auch wenn es nur ein Dings Char gibt für Dings eigentlich schade es gibt so viele F-Zero Charaktere eigentlich gibt es eigentlich ja aber war alle uninteressant nur Captain Falcon ist richtig gut die Basel das ist doch ein wenn jemand einbauen in die Spielserie mit Brüsten dann könnten sie ihn auch ins Festplass einbauen wie Bayonetta das wird dann selig hier kommt Bayonetta ja irgendwann sinnlich sinnlich in Let's Plays nicht schlecht Falco also da ist passt da guck mal wir sind wir sind hier die Falten wir gehen hier ab da ja ich werde ich nicht gewählt hmmm Rape the Picker als cool als cool alles kommt oder spielt in den Mund Monado Boy der hat dann die klassische Technik schon raus dabei bei mir leckt also überhaupt nicht ja grad hat es ein bisschen hier lügt doch einfach nur mal wieder hier ja dann sagt er ausreden woanders sagt er sagt derjenige der leckt in der Welt aus und ich hatte es gefährlich also ich sehe das ich kann das jetzt echt verstehen warum jeder Angst hat von Pikachu was Pikachu ist gefährlich? ja guck mal wie so Barry up gibt mit Pikachu ey das geht so nicht da war noch einer dabei ja da war ich noch dabei ey wo das mit den Lecken macht es wirklich ein bisschen unangenehm boah da hat die die mit Barry los der macht die richtige der Barry ist die richtige die Kombination Junge ey ey ich bin halt richtig frech ne ey Slash hu ich hab echt ey Slash macht es schon jetzt kann Barry ich glaub an dich du musst das reißen ja Barry Barry wird's reißen wenn einer das reißen kann wooh das war cool ja war ein bisschen kurzer Sprung alles cool die hatten ich hab mich doch gekriegt yes dann hab ich den anderen ja ich bin ich bin ich ich glaub ich bin ich du bist inne ich bin ne aber fliege das rasteig scheiße nein der ist super ja der ist super der macht das alles spannend hier ja guck wir raten euch trotzdem ja trotzdem getroffen ach ich bin zu wem ich hab immer noch ein Leben Sackstartzug hier flieg was guck jetzt muss es Barry reißen ja jetzt muss es Barry tatsächlich reißen als ob das reicht ich hatte 60, 70 ach komm schlechter Verlierer da hier verdammt ach die Falken ich hab's ganz genau auf Video gesehen ich hab's ganz genau auf Video gesehen ich hab's gecheatet ich hab's gecheatet der hat mich rausgekickt ich hatte nichts da kommen wieder die Tränen ohhhh salty nichts salty das ist so salty Zellos hat einfach betroffen aber ich hasse immer salty naja keine Ahnung bei Smash ist es irgendwie lustig so ja jetzt was willst du nehmen Zellos also ich ich hätte jetzt heute irgendwie Lust auf einen Mario Charakter also nehmen wir mal einen Mario ich wollt's auch grad sagen ok bin dabei das ist eine gute Idee oder ja also ich find das gut finde ich super wenn ich nehm Mordhon 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 ich nehm Mordhon 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 ist viel geiler ach ja aber Mordhon 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 ist auch irre vielleicht ist die ganze Sippe ein bisschen irre glaubt ihr mit wem hat er die eigentlich gezeugt mit Peach ganz sinnlich ganz sinnlich gezeugt nimmlich wo bin ich du hältst du etwa nichts von von der Cooper x Prinzessin Affäre hier ne meinste ist nicht so ok ja gut manche mögen das oh ich hab ich hab Pause angegriffen das ist nicht gut man kann dir auch schlecht verfehlen ne ja das ist ein bisschen groß du musst ein bisschen schrumpen da macht deine Plage platt ja genau da muss man erzogen werden respekt stellen aber auch so richtig war oh jetzt kommt Sonic ich wollte sie so reinschmeißen hier aber das hat nicht geklappt oh da kam einfach ein Kochen ach nebe ich ok ich bin tot uh komm her oh ich komm wieder ist mal nett die sind wieder wieder schön ich hab ich verstanden ich hab eigentlich nach links gedrückt und du bist irgendwie nach rechts gegangen wie sagt ihr das war der Leck das war der Leck das war der Leck nur weil ich heute meine Pornos runter ähm das hat funktioniert aber ey kennst du die klicken bei mir auch ein bisschen muss ich ganz ehrlich sagen wuuu ich hab jetzt immer das Konzertang ich hoffe bei denen wir auch mit nicht oh shit Greg ist auf meinem Partner geschlagen ohm bin tot lass ihn mir lass ihn mir ich will ihn töten ja ich lass dich ja mach ruhig das ist mein Rivale Konsolen haha sehr gut bei Morten ist es extrem wenn ich mit dem gegen schlechtere Leute spiele auch online habuja ich spiele keine Schnitte du musst du hast wieder den Fehler gemacht dass du immer mit dich runter kamst von oben ich hab dich zweimal in der Art gekillt richtig ja ich bin ein Noob was soll ich machen ach du sollst von der Seite kommen ich hab den Kill von Randy gar nicht bekommen echt ich hab nen Kill für dich bekommen yes größter Winz ne nice ja ey ich hab dich einfach so genommen und dachte mir so ein Kill nimm ich mit ich nimm dich mit in den Abgrund lass ihn mir lass ihn mir hier hier genau dann würd ich sagen nehmen Glurak wir nehmen jetzt einen blauen Charakter also der von Grund auf blau ist irgendwas blaues von Grund auf blaues ok ja genau obelix 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 genau ich weiß nicht was ich spielen soll ja ich hab ich bin nicht gut drauf wo du gut bist ja aber ich bin seit letzter Woche soviel wissen ich wieder irgendwas wo bist du gut bist mein Gefühl sagt mir dass du Ness nehmen sollst ja das muss ich gleich mal ausprobieren jetzt müssen wir sogar unseren Gegner schon der Mutti mein Ness muss echt einen guten Tag haben wenn nichts da läuft ach Randy es wird alles gut du schaffst das ich bin übrigens nicht gut mit dem Charakter jetzt ne nur so am Rande also wir sind ja auch blau weißt also wir müssen ja auch blau spielen und so ja eben dann hätt ich ja rot gesagt oder grün ist ja voll irgendein Quatsch ja ja ach so blau bist du ich bin ganz blau ja richtig blau ok ich bin anders blau ich mag äh wo bin ich? ich seh mich gar nicht ach da 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 der da fliegt aua das ist echt nicht aua das ist aua gut mehr dich schlatt zu machen das ist nett Mensch Nintendo was machst du das? sabotierst du uns auch? aber ich cool da muss doch nicht was auch machen sollen mit ihm ich hab nix getan wer hat denn den Pokébelle wieder drin? der meinte der eben zerstört oh ach wir lassen ganze das zu sterben ich? ne egal ne egal scheißregal schmeißen raus die Dinger ja da ich hab mich einfach einsammeln ah i u ah i u ricko 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 ruck ricko ricko a ja Haks 2 ricko du weißt das ich glaube nicht nehmt ja nehmen wir die als er als es wird aber machte mich Als Zielscheibe, ja ja perfekt! Natürlich! Ja immer noch! Ja gut, gut! Ja super! Ey, wuhu! Ja, aber das machen wir ja seit schon! Boom! Rikus, du schaffst das! Ich glaub an dich! Oh, der Bomben-Spam! Ja, ich kann nicht! Ich muss doch was machen! Das ist hart! Wow, nice! Wir haben ja noch beide zwei erlebt! Der Schaden mit Leck ist mit der Scheiße! Der Schaden mit Leck ist echt! Ach, wobei, es geht jetzt inzwischen! Oh, was ist das denn? Ja, ihr tötet euch gegenseitig! Sehr gut! Ich bin jetzt so dafür, dass ihr das macht hier so! Ja, perfekt! Ja, du es! Da ladet, da ladet der Reddy auf! Er wartet! Sehr geduldig! Ja, ich würde da stehen bleiben, Rikus! Also... Hab deinen Spaß! Da hier standen du, schön! Ja, dank, 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 dank! Ja, dank, 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 dank! Ist das geil! Du hast ein Schild! Benutz ihn! Ja! Oh, Freddy, die Bombe! Genau! Ey, ich sag euch dann! Der Rikus, der macht das noch! Ey, wir töten uns nachher selbst! Oh, nein! Oh, jetzt kommt Mautzy! Hey, was? Warum greift mich das an? Warum greift mich das an? Weil du ein Friendly Fire hast! Oh, shit! Yes! Mautzy! Ich kam nicht raus! Also, ich finde, Mautzy hat euch gesiegt! Das war einfach mal so krass eigenartig, dass wir das aufzeigen! Wir waren einfach viel besser als wir! Ja, einfach viel besser, ja! Wir waren halt blau! Wir haben uns halt einmal angestrengt, dann haben wir euch auseinandergemacht! Zellos, Pokébelle raus, bitte! Ja, ich mach die raus! Obwohl die mir gerade gut geholfen haben! Obwohl das Mautzy hat gemacht! Am Ende halt, ja! Mautzy hat uns den Sieg gebracht! Ja, aber er muss ja auch nicht wählen! So, ich hab raus! Der Zellos ist ja als erstes rausgemacht! Du! Ja, ich hab's schon rausgemacht! Gut! Jetzt hast du gewählt, ja! Und ich meine, wir nehmen jetzt! Ja! Jetzt kommt die ganz harten Geschütze! Wir nehmen beide Animal Crossing, ja! Weil wir hart sind! Da gibt's auch die ganz harten Geschütze raus! Muss ich jetzt den Bewohner nehmen, oder was? Natürlich! Ach du Scheiße! Du darfst dir also gerade die Farbe aussuchen! Ich nehme einen Manline und du ja einen Weibline! Okay! Und wenn du eine 1 zusammen hast, weißt du, wie ich bin oder? Ach du Scheiße! Ich hab das noch nie gespielt, den Bewohner, ne? Also... Tja, das ist doch gut! Ist doch schön! Du gehst aber trotzdem gegen uns gewinnen wahrscheinlich! Ja, easy! Der Bewohner ist ja total broken! Wir schaffen das! Hast du Glurak? Ja! Ist ja geil! Wir haben uns auch mit Glurak gespielt! Das geht! Der ist doch OP jetzt! Der ist doch richtig OP geworden, ne? Der ist gut geworden! Der ist gut geworden! Zumindest spielbar! Der auf zu lügen! Der ist doch OP! Der auf links und drücken! Was lustig ist, wir haben für Barry gespielt und danach wird der besser gemacht, weißt du? Genau so muss das sein, ey! Oh, das bist du ja! Ja, das bin ich! Ich bin das andere hässliche Ding auf der Stage! Au! Das geht so nicht! Ist ja frech! Das Gelegge ist so furchtbar, ne? Ey! Zählt aus! Ey! Meinst du wohl den Barry? Oha! Willst du etwas Sinnliches machen mit mir, Randy? Ganz sinnlich! Ey! Ich hab doch nach oben gedrückt! Wieso fliegt der nicht? So! Das ist schlecht! Das ist schlecht! Oh Mann! Also aus Fernasal sollte einer von euch auch mal unterschauen, ne? Äh! Nein! Ich hab ne Axt! Oh! Dein Baum! Baum in dein Gesicht! Ah! Boah! Ich weiß, ich hab überhaupt keine Ahnung was ich mit dem machen muss, ne? Autsch! Ach! Das muss man auch nicht wissen! Hä? Was machst du da mit dem Netz? Ich hab dich genommen! Ich hab dich genommen! Ich hab dich genommen! Was? Was tust du da? Ja! Ja! Zwischen zwei Leutchen ist das überhaupt nicht geil, ne? Ja! Überhaupt nicht! Oh shit! Das war alles Ablenkungsfunde! Boah! Dieses miese Glorak! Oh! Und ich komm aus dem Nichts! Und pflanz einen Baum! Ha! Das war so ein Alter! Oh Red, tschüss! Ja komm komm! Geh in den Baum! Geh zum Baum! Eigentlich du! Der andere! Macht der Baum eigentlich! Den kann man hacken! Der steht da! Der steht da! Und verschönert die Gegend! Siehst du das nicht? Das ist ja unnützlich! Okay das wars oder? Ne! Schlepp noch! Da hier Baum! Guck der Baum schützt mich! Er ist gewachsen um mich zu schützen! Ich bin auch ein Baum! Oh geil! Bäume! Wie schlecht das mit den Bäumen ist! Ja man soll ja einen Baum pflanzen in seinem Leben für die Umwelt! Ah das haben wir nicht richtig! Da hat Doppelbaum! Nein! Mach doch mal was denn los! Nein ich pflanze Bäume! Er macht was Gutes für die Umwelt! Er macht was Gutes für die Umwelt! Und dann schlage ich kleine Jungs! Also nicht dich! Schlage ich den kaputt! Oh shit! Das tut weh! Das tut weh! Das tut weh! Das tut weh! Oh das ist schlecht! Das ist schlecht! Also ich spiel nie wieder den Bewohner! Ach du! Komm! Bewohner ist klasse! Eieieiei! Du weißt nur nicht wie das geht! Na dann mach dir doch mal platt jetzt hier! Ach komm hier! Guck ganz easy! Hier schnapp ich mir meinen Baum! Und ich nehme mir fast die Axt! Und ich zerhack den Ness hier! Vielleicht auch nicht! Vielleicht auch nicht! Oder vielleicht auch doch! Da hier komm! Boom! Dein Gesicht! Was versaut! Aber warum hast du dich nicht festgehalten? Ich wollte schon den Baum vorbereiten! Aber warum hast du dich nicht festgehalten? Ach! Bewohner! Sehr schön! Das musst du doch steuern oder? Oder wenn du zu nah bist? Ich weiß nicht so recht! Ist ja kein Nessspieler! Ach! Du hast einfach versaut! Ich hab's noch nie erlebt! Dass ich da abgeprallt bin und runtergekommen bin! Du hast einfach versaut! Du musst so weit unten angesitzt! Und mit dem Druck nicht umgehen! Hm! Sinnlich! Ja! Sehr sinnlich! Ja! Ein Zelda-Karakter! Nehmen wir mal ein Zelda-Karakter! Ja finde ich gut! Ja! Ja! Es gibt ja vier! Fünf! Es gibt zu viele! Ähm! Hm! 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 Du musst dir hier den Taschenrechner ausgeben! Hm! Hm! Gib doch Mr. Game & Watch! Das ist doch fast das gleiche! Ja! Ja! Fast! Nicht ganz! Aber ganz! Der hat auch zahlen! Der hat auch von Elden genommen werden! Ne! Nö! 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 Der soll ja fair sein! Wir haben bestimmt die Wii Fit Tanz-Arena genommen! Ganz genau! Weil die gleich noch nackt drei Stunden Wii's im Sport spielen! Genau! Genau! Was machen wir jetzt? Ach! Wir spielen nicht nackt jetzt? Wir spielen nicht nackt! Wir haben das ja abgesprochen! Achso! Ich bin einfach immer nackt! Bei unseren Aufnahmen! Weißt du was irgendwen gibt der tatsächlich immer nackt ist bei seinen Aufnahmen! Wenn wir jetzt dafür einen Beweis hätten! Da komm her Pikachu! Ich bin auch klein im Knopf! Alter der hat ja mal einen Jump vom Feinsten! Boah jetzt kommen da die beiden Ganondorfs ne? Was soll das hier? Das ist ja fies! Ja ja! Ich hab den ja noch nie gespielt! Das war gerade ein Pokéball! Da war ein Pokéball! Ja! Wer hat gedutscht? Boah scheiß Pokéball! Oh shit shit! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Ist gar nicht gut! Okay! Ich hab den gleich mal genommen hier! Der drunter geschmissen! Nicht schlecht! Nicht schlecht! War durchaus annehmbar! War schön dann zu sehen! Nicht ganz gebrochen! Nein! Nein! Oh! Alter! Zum Glück hab ich das noch sehen! Voll gesehen hey! Das ist kommst du! Hups! Ah fuck! Ja! Perfekt! Das war dein eigener Kollege! Keine Sorge! Du warst im Weg! Ich möchte mal kurz campen! So! Ne! Falscher! Falscher Ganondorf! Geht bei Ganondorf nicht! Ey! Ich bin fair! Ey! Was? So weit? Ja! 90%! Natürlich! Ich bin so fett wie Ganondorf! Ganondorf ist halt Hammer alter! Was willst du? Oh sorry! Hi! Ganondorf kann kein Team spielen! Ne anscheinlich nicht! Aber Ganondorf kennt das nicht! Ganondorf kennt das nicht! Da kommt aus dem Dorf! Leck 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 leck! Leck leck leck! Meine Chance! Gerdedorf! Hehehe! Vor allem denke der pritzelt dich immer so mit ein paar Elektroschocker und so! Richtig sinnlich! Wir wissen halt Gendorf ist halt nicht so der Teamplayer! Das ist das richtig! Boah ne! Du hast jetzt nicht wirklich Keldeo wieder gezogen oder? Doch natürlich hat er Keldeo gezogen! Guck! Das ist gefährlich! Pokémon übertrieben! Pokémon übertrieben! Pokémon übertrieben! Ich muss erst mal diesen Pokémon ausweichen! Ich mein nicht das Pikachu! Hehehe! Donner! Donner! Donnerblitz! Donnerblitz! Ah, falsche Richtung! Verdammt! Oh, Igamaru wird gefährlich! Nein! Oh! Jetzt kommt es! Oh! Jetzt kommt die! Boah, Samenbombe! Mh, seine Samen! Samenbombe! Da steht der Rikos drauf! Mh, sinnliche Samenbombe! Scheiße! Ich war schon richtig am abkackten! Das ist echt Ben! Yes! Sehr schön! Barry, sehr schön! Also Barry, ich bin stolz auf dich! Juhu! Du hast es gut gemacht! Heute ist umgekehrt Tag! Und jetzt stell dir diese scheiß Puggebälle aus! Da haben wir zweimal das Leben gerettet! Niemals! Puggebälle machen das Leben schön! Man muss einfach nur umschauen, dass Barry nicht verliert! Ja, das ist richtig! Ey, guck mal, das steht als selbstzerstorren, wenn ich meine Kollegen töte! Cool, das ist ja! Schon mal leid, wie gab's, du warst halt im Sinn! Also es geht eigentlich! Ich glaub, unentschieden 2-2 oder wie steht's? Oder vielleicht 3-2 für euch? Aha! Keine Ahnung! Ja, wir spielen einfach und ich wärt's am Ende aus! Ganz einfach! So! Statistisch! Genau! Äh, wen nehm ich jetzt? Bowser Junior würd ich eigentlich, aber den kann ich nicht gegen euch! Irgendwie seid ihr zu gut gegen den! Ja, Rikus, was ist dein Plan? Ich hab ne Affe genommen! Hast du ne Affen genommen? Ja! Soll ich auch ne Affen nehmen? Okay! Barry! Nein! Barry, jetzt kommt die Geheimwache! Doch, ich nehm Affen! Geheimwache von Blurath, die hab ich schon benutzt! Ja, ich hab jetzt meine Geheimwache ausgedacht! Das geht nicht 2-mal! Ach, du hast deine? Okay! Ja! Ich hab wieder ganz klassisch Link! Sehr schön! Ja, aber ich hab halt die Geheimwache! Aha! Sie werden sie sehen, sie werden denken, oh nein! Violetta? Peach? Ja, Violetta hab ich nicht mal gekauft, ey! Buh! Dann ist es hier Cloud! Dann würden wir staunen! Das wär jetzt gestaunt, ja! Ich sag Corin! Ich sag Corin auch, ja! Ich sag Cloud! Ah, ist was los bei euch! Pink ist die rosa Gefahr! Die rosa Gefahr! Oh shit! Hab ich gar nicht mehr auf den Blick gehabt, ey! Geht's mir nicht? Ja, sie ist halt so selten, aber wenn sie da ist, ist sie halt da! Oh ja! Zerstört einfach nur! Ich bin ein Affe! Ich mag ein Affe sein! Au! Aber da hat den spitzen Gegenstand, der andere, ein bisschen Emotionen! Ich hab mir nicht zu viel Schaden bisher, das geschreckt mir gar nicht! Oh, okay, du bist! Ah, diese Runde ist... Ach, ihr seid nicht affig genug! Äh! Hey, das... Wird schon wieder von... Und der killt mich mit so wenig! Shit! Immer diese Affen hier! Ach, das ist echt gut! Ich muss schon sagen! Also Barry, du hast dich wirklich verbessert! Barry, du hast dich wirklich verbessert! Nein, nein! Das ist auch richtig gut, ja! Alles cool, das ist froh, ich hab ihn gekillt! Hey, groß! Ich zähl auf dich! Ja, also... Mach dein Schutzschild, oder was? Dann kann ich ihn mal gerade aufladen! Ich mach nochmal einen Bananen! Ich mag Bananen! Da, hier Bananen! Nein! Ja, nimm ihn! Sinnlich! Oh, was? Nein, 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 nein! Ich bin raus! Hey, groß! Ich bin enttäuscht! Du hast wieder gelegt beim Recoveren! Ey, Lü! Jetzt muss ich das schon wieder hier retten, hier, ne? Schon wieder? Du warst bis jetzt noch nicht einmal alleine! Ach! Ich schaff das! Ich schaff das! Da, guck hier! Das ist schon fast von selbst am sterben, da! Aber wieso lag dir das heute so? Das ist echt komisch, oder? Ja, ich... Ich geb zu, ich hab... Oh, ne! Randy, jetzt hast du mich hier rausköpfen! Wow, nice! Hey, danke Randy! Das ist wiederum... Team Kameraden, raus! Die rosa Gefahr kann halt nicht aufgehalten werden! Ja, für wen! Das ist böse, das ist böse! Das mag ich nicht! Das ist nicht gut! Ich bin ein... Ich bin ein Ding! Ich komm! Mach's dir kaputt, Junge! Alter, geh doch mal her mit meiner Kopfnuss! Ja, ganz meine garne! Sehr cool! Wir wussten halt einfach, wenn die rosa Gefahr erstand! Ja, die rosa Gefahr, die war zu hart! Ja, ja, ja! Das wird's gewesen sein! Ganz bestimmt! Randy war diese Runde echt gut, muss ich sagen! Ja, muss man sagen! Ja, ich hab' mich wech! Ja, ich hab' mich wech! Ich dachte mir so, ich muss mich Barry anfassen, ihn erstmal töten! Das sind Regeln ändern! Er hat halt nicht genug geleistet! Genau! So, pass auf die Regeln bitte! Musst du erst ne Schelle kriegen! Mir ist alles aus! Und jetzt letzte Runde, ja? Okay! Schafft das! Also, irgendein Charakter ist mir egal! Wollen wir einfach alle Zufall nehmen? Nee! Nee! Niemals! Ich nehm' den coolsten Charakter! Ganz einfach! Ich hab' heute tatsächlich mal gewonnen! Das ist... Ja! Barry, du bist... Heute glänzt du mal richtig hervor! Guter Tag! Umgekehrt Tag! Gegenteiltag! Gegenteiltag, ja! Barry, ich bin noch sehr zufrieden, dass du das machst, wenn wir zusammen spielen! Barry, das ist auch... Ich lass mich einfach... Ich lass dich aufblühen, weißt du? Ja, ja, ja! Ich seh' dein Potenzial und lass' dich einfach machen! Ey, ich trainiert! Das sollte das jetzt! Und wenn ich was Falsches seh', geb' ich ne Klatsche und du fliegst! Und dann machst du's danach besser! Das ist fair! Das ist fair! Das klingt fair! Ja! Hey, Rikos darf ich dich einatmen! Nee, ich atme Randy ein! Nein! Du kannst mich einatmen! Du kannst mich einatmen, ja! Ich hab... Ich hab deine Kräfte jetzt, Kirby, ja! Randy, ich hab jetzt deine Kräfte! Warte, ich würd noch... Dauber! Bisschen Donner! Ike-Brüder! Bam! Ey, wenn ich dich jetzt fresse, krieg ich dann auch die... Wow! Die Cup von Ike? Glaub nicht! Lass' das mal ausprobieren! Lass' das mal ausprobieren! Lass' das mal ausprobieren! Hey! Sag mal mal, wie das funktioniert mit Kirby hier! Ich hab das schon so verstanden! Ja, Kirby ist der Beste, den es gibt, und er ist pink und knuffig und laut! Und hi! Boah! Nice! Also, ich wohnt da... Also, dieser Slow-Bow durch den Weg, der kam... Ne, 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 was im Tilt! Autsch! Es macht wirklich keinen Spaß mit diesem Legs, das muss ich jetzt mal so sagen. Das ist richtig ätzend! Gott, zum Glück ist es nicht, äh, Brawl, wo es wirklich nur geleckt hat! Glück hat es nicht während der Steam-Aufnahme gelernt! Wer ist das denn das? Zwei'n Stein! Zwei'n Pikachu! Oh, shit! Da kommt das Pikachu! Ah, ich krieg das Pikachu, ich krieg es! Alles gut! Wir sind wie mit der stylischen Haare, wir müssen das schaffen! Oh, schön! Ähm... Das warst du, Scheiße! Ja, das war ich, ja! Und jetzt! Leck! Leck des Todes! Fuck! Ich kann den nicht! Ich kann... Ich will Randy einsammeln! Komm! Wenn's leckt, bin ich doch schlecht! Randy, krieg dich! Da, komm! Nein! Ich will mein... Wieso musstet ihr auch beide Kirby nehmen? Wie soll ich denn euch so auseinanderhalten? Ja, ich bin... Ich bin das Original! Er ist das Fake! Da, guck! Ich hab ihn an dem... Power geklaut! So cool! Ach, Leute! Ich hab's noch gar nicht auf dich geachtet und dachte mir so, Hilfe! Ja, hast du mal wieder gesehen, ne? Ja, mach ihn platt! Ja, ich... Ich möchte mich auch hier einbringen! Haha! Wer... Werbe dir zu, okay? Okay, alles klar! Oh! Fickt euch! Das hat irgendwie ein bisschen weh! Ja, perfekt! Perfekt! Ich wünschte, ich könnte Donner einsetzen! Ui! Und das reicht, weißt du? Ich drücke und drücke, aber es ist... Ja locker! Ha! Ja, wunderschön! Oh yeah! Und dann gibt's diesen Ike, ne? Das ist ganz cool da und daneben Kirby! Dieser kleine Ballon! Dieser kleiner Ballon, der nichts zu tun hat! Ach, schön war das! Schön war das! Ja, das Original hat gesiegt, ne? Also... Ja, das war nett! Das war sehr schön! Randy, du hast abgekallt, ne? Barry war heute richtig gut! Barry war gut, Randy war mittler, das war richtig scheiße! Ich guck mal, in Statistiken... Aha! Ich hab'n Kill mehr als Celos! Aha! Und ein Kill mehr als Barry! Ja, und? Dafür war Barry sonst noch besser! Die Statistiken reden für mich! Ja, pfff! Eigentlich haben die Ideen für mich geschehen! Statistiken reden für mich, ich hab' mich am meisten verbessert! Barry, wir sind in einem Team! Das heißt, wir sind ja verbessert! Ach, wir sind jetzt noch eine Runde, ich dachte, das wäre die letzte gewesen! Das wäre jetzt die letzte! Das war jetzt auch die letzte! So! Genau! Und was sagt er dazu? Ich finde, Barry hat sich gut verbessert, ne? Ja! Gut ab! Barry! Gut ab! Du machst dich richtig gut, ne? Nächstes Mal... Nächstes Mal... Nächstes Mal... 3 gegen 1 gegen Barry! Warte, warte! Barry! Das ist scheiße! Oh! Das ist hart! Ihr dürft ihr nicht so viel loben, sonst ruht er sich darauf aus! Mensch! Habt ihr das nie gemacht? Ja! Nächstes Mal müssen wir ihn halt wieder ran... Nee! Sinnlich... Peitschen! Sinnlich? Sinnlich rannehmen, ja! Ganz sinnlich! So! Leute! Ich mach' mal auf jeden Fall Schluss an der Stelle! Ihr könnt ja gerne noch weiter zocken und so! Ich leg' mich hin und so! Und ja! Schau mal! Danke, dass ihr dabei wart! Und bis zum nächsten Mal, Leute! Tschö tschö! Bis denn! Ciao, ciao!